dann wird da immer Unzufriedenheit hinten rauskommen, weil dann fühlt man sich ja erst recht beobachtet in der vielleicht eigenen Homeoffice-Phase oder halt in diesem Remote-Setup, was vielleicht in manchen Unternehmen sowieso schon irgendwie passiert ist die letzten zwei Jahre, wo halt irgendwie diese Beobachtung vielleicht größer geworden ist. Aber genau dort muss man halt dazu sagen, ja, und da muss man die Kultur ändern, weil ich bin mir zu 100% sicher, dass dort keine Zufriedenheit war in der Remote-Arbeit. Und ich würde auch mich vielleicht aus dem Fenster lehnen und sagen, es war auch nicht besonders gut, was dort hintenrum an Ergebnissen rausgekommen ist, weil diese ganze Kultur schon so negativ umgesetzt wurde, weil man ständig irgendwie online sein musste und man musste ständig erreichbar sein und man musste vielleicht irgendwelche Scorecards ausfüllen und die jede Woche besprechen und hat dann nicht einmal an seiner Arbeit so richtig arbeiten können, sondern war eher damit beschäftigt, diese Scorecard zu machen.